Wenn ich rumfahre und dann auch hier bearbeiten muss, das braucht knapp zwei Minuten, bis der erstmal fertig ist. Du kommst so ins Herzreisen. Jetzt sind schon drei Bullen, also jetzt fangen sie an. Immer mittags, da kommen die meisten an. Letztes Mal waren über, glaube ich, über 35 von den Bullen. Ich würde sagen, geh nicht fahren, weil hier bin ich schon zwei Mal erwischt worden. Für eine Ladung, eine Million, also ich hatte zweimal, zwei Millionen hatte ich und alles weg von den Bullen. Sie haben auch geknommen. Sind die hier eigentlich sehr strecken oder sind die hier eigentlich jetzt für Leute, die jetzt nichts Illegales fahren, eigentlich ganz geschild. Ganz geschild, erst gesagt, ganz welle. Aber wenn jetzt die Bullen würden kommen, ich würde sofort in den knappen Verlückung. Ja, aber das ist ja eigentlich schon auf die Chilis. Das war 80%. Okay, schauen wir mal, wo der Drohnen hier, ich glaube, uns diesmal hinführt. Du musst jetzt auch halt alles hier craften, fast. Du kannst Waffen craften. Drück mal Z, bitte. Mach ich. Und dann... Baumenü. Ach du verdammte... Unten links siehst du ein Baumenü. Da kannst du das halt craften, alles. Alter, das ist ein Traum, ey. Ist das geil. Eine fette MG hier. Alter, ist das geil. Ist das der Hammer. Du kannst komm. Ich habe dieses Mal Glück. Es ist diesmal nicht so weit, wo der Drohnen die letzten Kilometer nur entfernt. Aber ich springe schon mal zuerst zum Dingsbums. Kantage. Okay. Dankeschön. Du kannst ja mitkommen und mit deinem Fahrzeug hinterherfahren, wenn du möchtest. Hm, ja, kann ich machen. So. Wo ist denn die Plantage noch mehr? Fahrzeuge, Alter, Drucksäcke, Westen, Uniform, Brittergum, Zubehör, Marazino, Einfahrzeuge, Alter, Gelände warm, rosa Z. Ich guck mal, äh, ich glaub hier weiter, oder? Ja, das ist richtig. Ich hätte hier einbiegen. Na, da ist, ja. Ich kenne die Maps fast auswendig. Das ist ein Schollteil. Was ich schade finde, ist, dass man auf der Karte dich selber nicht sehen kann. Weil, was das, äh, gucken, genau, so ein bisschen, äh, erschwert wird. Was ich hier irgendwie schade finde. Also, das hätten sie ruhig, äh, schon machen können, finde ich. Ja. Und wir sind da. Ich fahr dann schon als zweiter, gell? Ähm, du kommst dahinter, ja, du hast ja, du siehst ja mich, wo ich hinfahre. Genau, ich sehe dich. Du holst dich sowieso ein, ich habe eine langsame LKW gefangen. Alles gut. Gut. Ja. so kann es gehen das hätte ich jetzt nicht erwartet also wenn du Fragen hast, kannst du mich stellen das habe ich wirklich keine Fragen ok wie soll ich das nicht vorstehen? hast du eine NS-Brille? noch nicht ja dann bist du am Arsch ich bremse kurz, ich schaue mal auf der Karte nach ja ich glaube es hier ist richtig danke mit das in die End schaue und komm Alter Schwierig, das ist ein Hockesberg. Alter Schwierig, das ist ein Hockesberg. Alter Schwierig, das ist ein Hockesberg. Was ist ein Hockesberg überhaupt noch eigentlich? Na genau. Wenn nicht, wäre ich mit dem Hockesberg gefahren. Locker. Also ich habe von dem Zamax, ich glaube, der habe ich geschenkt bekommen. Ich habe einen nur. Und dann zwei. Ein Tank und einen normalen. Cool. So ein Müllwagen. Müllwagen? Was kann man eigentlich mit Müllwagen machen? Ja, der Müllwagen, alles was du möchtest. Der kann, der kauft, glaube ich, knapp 400.000, wenn wir nicht zusammenkräftet. Was genau macht, äh, ist er nicht jetzt, äh, oder was genau bringt eigentlich diese Müller-Pur? Äh, du kannst sehr geil Sachen finden. Zamax-Teile. Ich hatte Zamax-Teile. Ich konnte sie jetzt schon wieder machen, aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie dir gegeben, dann könnte ich einen eigenen Truck machen. Aber, du kannst Leder finden. Du kannst 20,000, du kannst Stoff finden. Da kannst du Kleidung machen. Waffen machen. Uniforme machen. Ähm, Brillen. Alles, alles was es gibt halt. Du kannst alles machen, kannst Häuser kaufen. Etc. Helis bauen. Also, du gehst da hin und man durchwühlt sozusagen den Müll, oder wie, und findet Items, wo du Sachen bauen kannst. Ja. Wenn du sie findest, dann, wenn du jetzt einen, wie so sagen, einen Truck möchtest bauen, dann musst du einen bestimmten North fahren. Den zeige ich dir, ähm, wenn du einen Cyc-Spin hast. Dann machen wir es nachher, wenn du Bock hast. Äh, oh Gott, wohin. Scheiße, ich bin, glaube ich, falsch gefallen. Na toll. Pass auf, wir fahren jetzt drüber. Drei, zwei, eins, jetzt fahren wir rüber. So. Deswegen, der Absorber ist einfach das geilste Mal. Auf jeden Fall, das Waffen, das Waffen, äh, Angebot ist, ist auf jeden Fall nicht für schlechten Eltern. Ja, und du kannst auch Farmen einsetzen. Das ist ja schwer.